Weihnachten zu viert, Lilly teilt süßes Family Big. Sie haben die Festtage total genossen. Für Lilly Hollunder, 36, und René Adler, 37, war dieses Weihnachtsfest ein ganz besonderes, Mitte November konnten die beiden nämlich ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen, Töchterchen Billie. Seitdem sind die zwei im absoluten Glück und genießen vor allem über die Feiertage die Zeit zu viert in vollen Zügen. Und das machten sie nun mit einem Kohlenschnappschuss deutlich, Lilly und René strahlen mit ihren Kids vom Weihnachtsbaum. Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Schauspieler ein niedliches Familienporträt. Zusammen mit Gatte René und den zwei Kindern sitzt sie vor einem reichlich geschmückten Weihnachtsbaum. Auch von uns frohe Weihnachten, ihr süßen Schäfchen. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Stunden und Tage mit euren Liebsten. Schrieb Lilly zu dem Beitrag. Einen kleinen Witz auf Kosten ihres Mannes konnte sich die Beauty aber nicht verkneifen, p. S. Wer findet auch, dass René bisschen wie auf eine Mannschaftsfoto guckt? Naja, ist das ja mehr oder weniger auch. Anführungszeichen. Bereits Anfang Dezember hatte Lilly deutlich gemacht, wie sehr sie die Weihnachtszeit liebt. Zu einem verkuschelten Pick mit Baby Billy hatte sie geschrieben, Baby knutschen. Weihnachtsmusik, Plätzchen und natürlich Weihnachtssocken. Ich liebe meine Bibel, in der wir uns derzeit befinden.